Ja, es ist wieder soweit. Der 28. Januar 2010. Wir stehen hier wieder in Ägypten und das zum Missencamp 2010. 22 Damen aus den verschiedenen Bundesländern haben sich wieder qualifiziert für die Wahl zu Miss Germany. Und die werden hier vorbereitet. Denn eine von ihnen wird es sein am 13. Februar im Europapark in Russen. Und ich bin gespannt, wer sich von diesen 22 Kandidaten durchsetzen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017